Musik High Five, Low Five und wenn du Mundor immer noch auf dem Tisch steht, dann herzlich willkommen zu einem neuen Commentary. Ich bin's wieder, der Kritz-Soldat von In-Your-Face Gaming. Und ja, ihr seht's tatsächlich, im Hintergrund befindet sich ein Advanced Warfare Gameplay, doch nicht von mir er spielt, sondern mal wieder vom Liebens Relative, ist jetzt nicht so das Über-Gameplay, aber ich bin auf jeden Fall sehr, sehr dankbar, dass sich ein Mensch gefunden hat, der mir ein Advanced Warfare Gameplay zur Verfügung stellen konnte, denn das Spiel soll ja angeblich sehr schwierig sein im Vergleich zu den Vorgängern und dementsprechend ist es auch deutlich schwieriger. Ein vernünftiges Gameplay zu spielen ist jetzt kein Über-Gameplay, ist auch nicht ganz so schlecht. Schaut's euch auf jeden Fall an. Und ich als alter CODE-Hase muss zugeben, dass je mehr ich Gameplays von Advanced Warfare sehe, desto mehr Bock bekomme ich auf dieses Spiel. Und langsam scheint auch der Hype mal wieder, mehr oder weniger, das Spiel in den Steam-Jars nach oben zu schieben, denn es ist diese Woche endlich tatsächlich, zwar mit einer Woche Verspätung, aber ist ja auch egal, endlich in den Top-5 aufgetaucht bei Steam bei mir. Und das gibt mir das Gefühl der Sicherheit, dass dieses Spiel vielleicht nicht ganz so schlecht optimiert ist für den PC. Ich habe diese Woche ziemlich viel Forschung betrieben, könnte man sagen, was Advanced Warfare auf dem PC angeht. Und ich bin zum Schluss gekommen, dass es auf meinem PC eigentlich problemlos laufen sollte. Die Frage ist, ob es mit der Aufnahme auch noch klappt. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm, weil gegen Ende des Jahres habe ich mir sowieso vor, einen neuen PC zusammenzustellen. Und dieser PC sollte auf jeden Fall für alle aktuellen Games auf der höchsten Auflösung und den höchsten Details problemlos ausreichen. Dann wird sich selbstverständlich auch die Qualität der Videos auf diesem Kanal verbessern, denn ich werde dann auf 60 FPS umsteigen. Werde jedoch wahrscheinlich bei den 1080p bleiben, denn aktuell ist zwar dieser 4K-Trend total am Ausarten. Und das gibt auch einige Leute, habe ich gesehen, die 60 FPS und 4K machen, was total bescheuert ist. Viele wissen es wahrscheinlich nicht, aber YouTube unterstützt die 60 FPS aktuell nur bis 1080p, wenn man dann also ein Video mit 4K macht und 60 FPS macht das überhaupt keinen Sinn. Denn YouTube kann dann nur bis 1080p höchstens die 60 FPS anzeigen und alles drüber wird dann halt zu 30 FPS runtergerendert. Und das ist dann einfach nur sinnlose Zeit, die verstreicht für den Upload und die Datei wird ja auch dadurch viel zu groß. Und das ist einfach aktuell noch Schwachsinn, beides auf einmal zu machen, wenn man auch noch bedenkt, dass aktuell Chrome der einzige Browser ist, der die 60 FPS überhaupt packt. Ich weiß nicht, vielleicht werde ich dann bei Games, die nicht ganz so schnell sind wie Advanced Warfare, auf 2K stellen. Und das wird ja auch höchstwahrscheinlich gar kein Problem mehr sein, sobald ich von zu Hause ausgezogen bin, denn dann stelle ich einfach morgens auf Upload. Und wenn ich dann nachmittags oder abends nach Hause komme von der Uni, ist es dann hochgeladen. Und es wird auch kein Nerven, der dann irgendwie da rumsitzt und ins Internet will, denn tagsüber sind Studenten eh alle in der Uni oder unterwegs. Von daher wird es für mich wahrscheinlich gar kein Problem sein, auch die Qualität zu verbessern. Und aktuell macht es einfach aus zwei Gründen keinen Sinn. Erstens, ich habe am Wochenende nicht so viel Zeit, als dass ich jetzt irgendwie 10 Stunden für einen Upload opfern könnte von einem Video. Und außerdem würde das gar keinen Sinn machen, ein 30 FPS, 1080p Pegas Gameplay auf 60 FPS hoch zu rendern, denn das würde optisch rein gar nichts verbessern, außer dass halt die Datei viel größer wird für mich und die Uploadzeit sich einfach verdoppelt. Außerdem ist YouTube zur Zeit irgendwie total langsam geworden. Das wäre in meinem Fall ja im wahrsten Sinne des Wortes tödlich und dann würde einfach eine Woche mal gar kein Video kommen. Aktuell kommt halt leider nur eins, weil ich einfach, wie gesagt, nicht die Zeit habe. Aber ab dem 1. Dezember, so wie es aussieht, wird sich das ändern und dann werde ich wahrscheinlich auch wieder zwei Videos pro Woche bringen können. Ich werde aber an dieser Stelle noch nichts versprechen, denn ich muss mir erstmal noch den PC kaufen, was wahrscheinlich bis zum Ende des Jahres dauern wird, weil ich muss noch ein bisschen sparen. Außerdem hoffe ich noch auf ein paar großzügige Geschenke von meinen Großeltern und dann passt auch alles. Dann habe ich auch die knapp 1000 Euro zusammen und davon kann man sich ja problemlos einen top aktuellen PC zusammenbauen, vor allem, weil ich sowas wie Bildschirm, Tastatur und Maus nicht mehr dazukaufen muss, weil ich das ja noch von meinem alten PC habe. In diesem Sinne verabschiede ich mich von euch. Ich hoffe, euch hat das kleine Video gefallen und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ich weiß noch nicht, was ihr dann im Hintergrund seht, denn ich habe noch ein paar MW3-Gast-Gameplays. Mal schauen, vielleicht kriege ich auch von euch nochmal ein Advanced Warfare-Gameplay. Falls ihr eins habt, dann ladet es auf Google Drive hoch und schickt mir einfach den Link. Ich werde es mir dann runterladen. Falls ich ein paar Tage lang nicht zurückschreibe, liegt es einfach daran, dass ich es einfach noch nicht gesehen habe, weil ich komme abends spät nach Hause und da kommt YouTube bei mir selbstverständlich etwas zu kurz, denn die meisten Videos gucke ich aktuell einfach am Wochenende, habe ich auch dementsprechend ziemlich viel zum Nachholen. Also falls ich da mal irgendwie etwas länger brauche, um darauf zu antworten, nicht verzweifeln. Ich werde es dann auf jeden Fall dann sehen, irgendwann mal und dann werde ich auch zurückschreiben, sobald ich es dann runtergeladen habe und so weiter und so fort. Wie gesagt, ich verabschiede mich von euch und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis zum nächsten Mal, euer Kritz-Verdat.